Der Moment der Wahrheit. Hier haben wir das NASA Kettenhemddesign. Und mit diesem metallischen Filament ist es wirklich sehr cool ausgekommen. Gedruckt habe ich es in PLA und diese super kleinen Stege sind trotzdem nicht gebrochen oder brechen nicht. Insgesamt ist es sehr, ja wie soll ich sagen, trotzdem ein bisschen steif, aber trotzdem beweglich. Man kann zusammenrollen. Wirklich super interessant. Was könnte man wohl daraus machen? Habt ihr irgendeine Idee?